Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 64! Oh mein Gott, Jumens, jetzt geht's rein ab mit Mario 64, Jumens! Ey, ey, ich hab einen Schaden, ich hab irgendwas genommen, ne? Irgendwas hab ich genommen! Ich weiß aber nicht was. Ja, es geht auf jeden Fall weiter mit Super Mario 64. In der letzten Part sind wir hier stehen geblieben, haben Gott sei Dank die weiteren, äh, die, äh, im letzten Part, die zwei anderen Power Sterne bekommen. Einmal, äh, den Power Stern, in dem ich im vorletzten Part so oft verkackt habe. Und dann, ja, noch das mit den acht roten Münzen. Und ja, jetzt machen, müssen wir uns, äh, von der Brise tragen lassen. Also, damit ist anscheinend der Wind gemeint. Und ich weiß jetzt wieder, was, ähm, was damit nochmal gemeint ist. Ich, ist mir wieder eingefallen. Ist mir wieder eingefallen! Ganz genau, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Hallo Lakitu! Was geht ab? Ey, beschmeiß mich nicht. Ich hab dir Geils getan, Mann! Aber er beschmeißt mich trotzdem. So ein unverschämter Bengel. Unverschämter, Junge, sowas hab ich dir nicht beigebracht, ne? Aber egal. Ist doch scheiß egal. Solange es uns gut geht. Ach du Scheiß, mir geht aber nicht mehr lange gut. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Oh, okay, jetzt schon. Jetzt geht mir wieder gut. Jetzt geht mir wieder gut. Ey, jetzt geht's mir wieder besser, Mann! Ohne Witz. Es sei denn, ich falle runter. Hö, hö. So. Okay. Alles klärschön. Wunderbar. Wunderbärschön, yo, man! Oh, oh mein Gott! Mario! Du bist so cool! Ey, das glaubst du nicht mal. Wie cool du bist! Ey, Mario! Was bist du nur für ne coole Sau, ne? Wow! Wow, nein! Wow! Hoho! Boah, das war knapp. Das war knapp. Okay. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nach oben. Oh, ne. Fuck! Ich hab wieder einen Fehler gemacht. Ich hätte diesen roten Bob-Omp-Dingser-Wumster ansprechen müssen, um die Kanone überhaupt von mir benutzen zu dürfen, ich Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ey, wie kann mir sowas nur passieren? Ey, das kann nur mir passieren. Und deswegen... ...wür ich sagen... SPRING MARIO! Auch wenn das vielleicht nicht viel nützt, aber springt. Doch nützt viel. Wow. Ähm. Okay, wartet, wartet. Ich hab keine Idee, wie ich da hinkommen soll, aber man kann's ja mal... Man kann ja etwas versuchen. Bisschen zu schummeln, aber okay, hab nicht viel gebracht. Hat nichts gebracht. Schade. Okay, müssen wir halt so... ...nach oben gelangen. Oh, mein Gott, das war zu scheiße. So, jetzt. Aber. Oh, doch nicht. Ah! Mario! Mario, was tust du dir an? So. Jetzt aber. Yes, man! Mario, du wirst einfach der coolste Mann. Juhu! Und, was war's? Hallo, ich mache die Kanone zum Abschluss bereit. Ja, mach das. Gerne. Gerne doch. Alles klar. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Natürlich, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Oh, mein Gott. So, okay, jetzt müssen wir nochmal nach oben. Jetzt müssen wir jetzt nochmal nach oben schaffen. Und dann können wir uns den Power-Stern ergreifen. Dann können wir uns den Power-Stern holen. Den 115. Oh, mein Gott. Den 115. Leute, und dann fehlen uns nur noch 5 Power-Sterne. Nur noch 5, dann, danach. Alter. Leute. Wir sind mega geil. Wir sind mega cool, Mann. Wir sind mega Hammer. Wir sind mega cool. Wir sind mega geil. Wir sind mega gut. Wir kommen immer weiter voran. Ja, und ich sollte mal auf und zu singen. Sing, sing, sing weiter. Sing. Sing. Sing auf dem Deutsch. Ah, nee, war Englisch. Oder war es Englisch? Keine Ahnung. Doch, war Englisch, aber vielleicht nicht gutes Englisch. So. Okay. Jetzt den... Welchen Teppich möchten Sie nehmen? Ich möchte den linken Teppich nehmen. Abbiegen. Wie so ein Auto. So, okay. Jetzt heißt es wieder aufpassen. Denn sonst schubsen uns diese komischen Dinge einfach runter. Und das wollen wir doch nicht. Das wollen wir doch überhaupt. Überhaupt nicht. Wir wollen das nicht. Nein, wir wollen das überhaupt nicht. Oh, 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 nein. Das wollen wir nicht. Oha. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Nein. Wow. Das war knapp. Ich sehe nichts. Oh. Das war auch knapp. Alter. Er schreckt mich doch nicht so. Leute. Warum erschreckt ihr mich immer so? Könnt ihr mir das erklären? Lucky, du verpiss dich. Entschuldigung. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, aber er geht mir auf den Sack. Er geht mir mega auf den Sack. Nein. Nein. Oh, Mann. So ein Mist. Ja, das habe ich ja super hinbekommen. Okay. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich Glück habe. Spreng. Ich habe kein Glück. Natürlich nicht. Okay, doch ein bisschen Glück habe ich. Ich bin nicht abgestürzt. Nicht komplett. Also, ne, bisschen Glück habe ich ja. Bisschen. Komm schon, Mario. Es kann doch nicht sein, dass du so blöd bist zum Hochklettern. Nein, das bin ich. Ich bin zu blöd. Wie immer. Und ich wiederhole mich. So. Und drauf jumpen, Mario. Oh mein Gott. So. Jetzt heißt es wieder warten. Und warten. Und warten. Und warten, dass dieser Teppich an sein Ziel ankommt. Und dieser Lakitu geht mir voll auf den Sack. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, habe ich. Alzheimer lässt grüßen. Ähm. Da ist der Teppich. Da ist wieder der fliegende Teppich. Und Lakitu kommt wieder mit irgendwelchen Stachelschildkröten abzuwerfen. Stachelpanzer-Schildkröten. Aber er wirft einfach daneben. Er kann einfach nicht werfen. Er hat nie gelernt, sich nicht zu werfen. Das ist halt das Problem bei Lakitu. Er kann einfach nichts. Er ist einfach zu dämlich. Ganz genau. Das ist die Löhre. Das ist die Antwort. Dieser Frage. Das ist die Antwort. Ich habe Frage. Oh Mann. So. Jetzt darf ich. Jetzt bitte. Nicht nochmal verkacken. Denn sonst. Hab ich gelitten. So. Ha. Leute, Leute, Leute. Ist das nicht schön? Mit dem fliegenden Teppich. Mit dem Reh. zu fliegen. Ach ja. Ist das nicht schön? Natürlich ist das schön. Das ist mega geil. Und springt Mario. Ohne Hütte zu fallen, bitte. Wow. Jetzt aber. Jetzt aber. So. Und draufjumpen. Und Lakitu lassen sich in Ruhe. Geht los, Deck. Geh mal weg. Geh mal weg. Du gießt mir nur auf. Du gießt mir nur auf den Zeiger. Und. Wuhu. Jump, Mario. Wow. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der. Uns nicht auf den Sack geht. Wow. Denn sonst haben wir es verkackt. Ja. Und damit haben wir unseren 115. Powerstern. Yes, man. Wir sind einfach cool. Ja. Wir sind einfach cool, Mann. Speichern und weiter. Alles klar. Und auf in die nächste Mission. Sehr schön. Äh. Lass dich von der Brise tragen. Hä? Haben wir das nicht gemacht? Ne, haben wir nicht. Schau dir den Regenbogen an. Haben wir gemacht. Aha. Okay. Hä? Was war das denn sonst? Ich hab keinen Plan. Okay, dann machen wir das halt. Nehmen wir halt. Äh. Was anderes. Wenn es nicht richtig war. Dann. Ja. Dann werden wir halt was anderes machen. Egal was es ist. Egal welcher Powerstern es ist. Wir werden schon einen Puzzle finden. Und es leckt wieder. Es leckt wieder. Nein. Ich dachte, ich hab das einmal nicht. Bitte nicht. Leute. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Okay, das heißt, ich muss ab sofort nahe kommentieren. Ihr bleibt wohl keine andere Wahl, oder? Nö, bleibt mir nicht. Okay, dann. Bis gleich. So, Leute. Ich bin wieder da. Also, wahrscheinlich wird das der letzte Part wieder sein. Äh. Der letzte Part sein, wo ich live kommentiere. Wahrscheinlich werde ich danach wieder nachkommentieren. Aus dem Grund, weil es anscheinend irgendwie nicht klappen will. Ähm. Und ich glaube, ich laufe den ganz falschen Weg, oder? Ich weiß es nicht. Kein Plan. Ähm. Ich weiß gerade nicht, welchen Weg ich nehmen muss und welcher Weg richtig ist. Okay, ich nehm jetzt einfach den Weg. Haha. Einfach, weil ich es kann. So, ähm. Ja, ich sehe irgendwie keine andere Möglichkeit, weil es jetzt, seitdem ich live kommentiert habe, ähm, jeden Part immer ein bisschen, äh, einmal geleckt hat und ich jedes Mal einen Cut machen musste. Und das ist doch auch scheiße, oder nicht? Ich meine, ich glaube nicht, dass er jetzt jeden Tag, äh, 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 sehen wollte, dass es ein bisschen late ist und dass er jedes Mal wieder ein Cutset machen musste, nur weil beim PC mal wieder ein bisschen, oder der, der Emulator mal ein bisschen rumzuspannen. Wow, wow, nein, 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 vorsichtig. Vorsichtig, junger Mann. Ähm. Ja, deswegen. Deswegen, Leute. Ich werde leider wieder nachkommentieren müssen. So schwer mir das auch fällt, äh, so schwer mir das auch fehlen, äh, fehlen mag. So schwer mir das auch fällt, aber mir bleibt keine andere Wahl. Weil anders geht's nicht. Wahrscheinlich die einzige Lösung, damit es nicht mehr leckt. Zumindest nur noch ganz selten. So, keine Ahnung, was für ein Power-Stern das jetzt ist, aber den holen wir uns jetzt. Äh, komm schon. Und damit haben wir den 116. Power-Stern, Leute. Oh. Ja. Doch, den 116. Power-Stern. Mega geil. Mega geil. Mega cool. Speichern und weiter. Warte, ich muss schon, Gott. Ah, okay. Okay, alles gut. Alles klar. Es kann weitergehen. Und Arschbombe. Sehr geil. Sehr cool. Überwinde die Macht der Dreiecke. Alles klar. Dann tun wir das mal. Dann tun wir das mal. Ohne dass das wieder leckt. Bitte. Wäre sehr nett. Dann wäre ich diesem Emulator sehr zu Dank verpflichtet, wenn das alles klar... Oh, dass irgendwas dazwischenkommt. Bitte. Mann. Kommt schon. Es ist nicht dein Ende. Nein, hör auf. Mann. Ist jetzt mal gut. Irgendwann nervt das. Irgendwann nervt das einfach nur noch damit, wenn es die ganze Zeit nur noch am Lecken ist und wenn ich jedes Mal verkacke und feile. Oh Mann. Mama Mia. Und BAM. Oh. Ach komm schon. Richtig stylisch, bitte. Und BAM. Ganz genau. Let's go. BAM. BAM. Einfach nur BAM. Einfach nur BAM. Einfach nur BAM. Einfach nur BAM. Aber nur BAM. Warum sage ich jetzt immer nur BAM. Ich weiß nicht, warum ich immer nur BAM sage. Weil BAM einfach so ein Wort ist für ein Let's Player. Deswegen sagen sie auch alle immer BAM. Keine Ahnung, was BAM. BAM überhaupt bedeuten soll. BAM. 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 Oh Mann. Ach Leute, 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 aber komm, wir kommen gut voran eigentlich. Es fehlen jetzt nicht mehr viele Power Sterne. Es fehlen uns nur noch vier Stück. Äh, oder? Warte mal. Doch vier Stück fehlen uns nur noch. Nur noch vier Power Sterne, Leute. Danach haben wir es geschafft. Danach haben wir es geschafft. Und danach ist das Spiel auch bald vorbei. So schwer, dass ich jetzt auch zugeben mag. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Eine Wahrheit, die man nicht vermeiden kann. Eine Wahrheit, die nicht unterdrückt werden sollte. So, komm schon. Mario, du schaffst das. Sag ich doch. Nein. 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 Scheiße. Ich komm mich jetzt hoch. Ich komm mich jetzt hoch. Ah, alles klar. Nee, doch nicht. Doch nicht. Alles klar. Doch, alles klar. So, und schnell. Ach, super Mario. Super. Super. Und Bäm. Einfach platt gestammt. Mit einer Arschbombe. So, und jetzt. Weiter. Weiter im Text. So. Okay. Ah, alles klar. Ah. Nein. Okay, das war daneben. Das war scheiße. So, okay. Yes. Und damit haben wir den, glaube ich, vorletzten Powerstern dieses Kurses. Ja, doch. Müsste er sein. Aber wartet mal, da stimmt doch irgendetwas nicht. Da muss ich irgendwo noch ein Powerstern übersehen haben, oder? Oder kriege ich noch irgendein, ein Powerstern von irgendeinem Toad? Und das weiß ich nämlich nicht. Kein Plan. Auf jeden Fall suche ich erstmal die 100 Münzen. Bevor ich noch irgendwas anderes mache. Ja. Bevor ich noch irgendwas anderes mache. Fehlt nur. Wo wir die 100 Münzen einsammeln müssen. Ja. Das werden wir in diesem Part zwar nicht mehr schaffen. Alle 100 Münzen einzusammeln. Weil der Part gleich vorbei ist. Und ja, aber dafür in dem nächsten Part. Aber dafür werde ich da im nächsten Part leider wieder nachkommentieren müssen. Weil es wahrscheinlich keinen anderen Ausweg gibt. Solange ich so einen verkackten PC habe. Ja, ich gebe meinem PC einfach mal die Schuld. Ich denke einfach mal, mein PC ist daran schuld. Ich denke es einfach mal zumindest. Nein, woran soll ich denn sonst liegen, ne? Ich meine, mein PC ist wirklich nicht der Beste. Das kann man nicht vermeiden. Mein PC ist einfach Gottenscheiße. Und in solchen Fällen zumindest erst recht. Und in solchen Fällen hat er eigentlich gar nichts damit zu tun, aber egal. Die Mütze gehört mir. Und du gehört auch mir. Weg mit dir. Mütze wie ich nur. Ich will nur die Mütze. Alles andere interessiert mich nicht. Sehr schön. Okay, wo sind die Blau-Mützen? Ach so scheiße. Ich weiß es nicht. Nein. Scheiße. Die waren bestimmt irgendwo hier. So ein Mist. Ey, was ist das hier? Kack, Mann. Au. Mist. Okay. Okay. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Ohne Witz-Ern weiß ich Bescheid. JAHU. Oh. Wow. Stylish. Übergejumped, Mario. Ganz stylisch. Ja, aber der Part ist leider wieder vorbei, Leute. Leider. Es tut mir leid. Aber es ist so. Der Part ist leider wieder vorbei. So ungern ich das auch zugeben möchte. Aber der Part ist leider... Ah. Nein. Der Part ist leider wieder vorbei. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, meine lieben Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ah. Wow. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Let's play Super Mario 64, meine lieben... Ah. Nein. Meine lieben Leute. Bis zum nächsten Part und ciao. Ja. Bis zum nächsten Part. Leute. Das war jetzt mal richtig scheiße. Oh Mann. Okay. Bis zum nächsten Part, meine lieben Leute. Und nochmals. Ciao. Ciao.